so science fiction wurde entwickelt okay neues spiel obwohl die neue engine quake war zuerst dann am real engine besser AI und joystick ja komm joystick kann auch mit dabei sein es sollte nur den joystick unterstützen das heißt nicht dass er primär den fokus auf joystick hat create engine 160 ich hätte vorher drauf gucken sollen wie teuer das ist wir können eine maus entwickeln jetzt nachdem ich die neue engine anfangen können wir das abbrechen ich will die engine nie mehr kann man pleite gehen pleite gehen wir jetzt nicht so toll dann noch geht's oder kriegen wir am ende die rechnung scheint so ne fertig warum haben wir noch geld okay machen wir kurz den contract nur so als kleinen puffer eine logo animation nehmen wir doch mal an kommt schnell 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 ich will keine strafe zahlen müssen und die master 5 wurde released und geschafft okay 18000 und neue spiele entwickeln du kannst jetzt deine haupt zielgruppe für das spiel festlegen Die richtige Zielgruppe für das Spiel zu wählen ist sehr wichtig. Die Zielplattform kann auch eine Rolle spielen. Manche Plattformen sind sehr bevorzugt von einer speziellen Zielgruppe. Ja, okay, also wir hätten gerne. Äh, wählen wir erstmal ein Topic. Science Fiction. Genre. Action. Für Major. Und das ganze heißt Turrican. Plattform. PC. Engine. Quake Engine. Äh, Science Fiction Action hatten wir ja schon mal, ne? Aber es ist Science Fiction Action gewesen. Oh nö, hilft nix. Nix. Ja, warum? Kann er nicht? Warum? Achso, Genre. Action. So. 2D-Grafik ist richtig. 35.000 sind schon mal weg und sofort ein Bug. Ah, komisch. Also Story Quest können runter. Der Rest bleibt so. Hallo, ich bin Steve O'Connor. Ein Reporter von Planet GG. Also diesmal keine örtlichen Nachrichten, sondern was von außerhalb. Willst du uns ein Interview geben? Klar, Werbung ist immer gut. Super, danke für deine Zeit. Kommt in der nächsten Woche. Also gleich. Äh, Dialoge können raus. AI kann auch raus. Das war nicht so kompliziert. Ah, ein Interview mit Geroban.de. Wir sind primär auf eine ältere Zielgruppe fokussiert. Wir denken, dass der Spieler für einen anspruchsvolleren Content zu erwerben ist. Also dass er lieber einen anspruchsvolleren Content haben will. Und wir gehen das Risiko ein, es ihnen zu geben. Viele Industrie-Experten sagen, dass früher oder später Spiele mit einem anspruchsvolleren Content häufiger werden. Mal schauen, wie dieser Markt sich entwickelt. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Okay, also die Master 5 Konsole scheint wohl ein ähnlicher Boom zu sein wie die TES. Außer halt in Nordamerika. Okay. Wir haben nur vier Hype. Ich hätte gern mehr. So, Mono Sound ist okay, ist okay, ist okay. Alles okay. Wir werden ganz schön lange an den Bugs hapern müssen. So, und jetzt warte ich, bis die Bugs weg sind. Und danach werde ich es nicht releasen. Also nicht finish drücken. Sondern das noch weiter ausbauen. Genau. Solange ich halt noch Cash-Up. Auch wenn die Zeit dadurch nicht ganz effektiv genutzt ist. Komm schon, du findest noch irgendwas Tolles für das Spiel. Oh, das 21, 21, das Max, was du kannst. Casual Games. Ich würde gern das hier weiterentwickeln. Komm schon. Krieg ne Idee. Nö. 21 ist von Max. Na gut. Finish. Und der Hype ist weg. Weil ich zu lange gewartet habe. Neuer Rekord. Neues Topic. Neuer Kombo. So. Wir hatten doch schon Action-Dingens. Na gut. Engine. Level Up. Level Design. Level Up. World Design. Level Up. Graphics. Level Up. 2D Grafik. Level Up. Sound. Level Up. Sehr schön. Release. Gibt mir gute Kritiken. Neue Research. Level Liter. Open World. Oh geil. Sandbox Games. 2D Grafik Version 3 oder 3D Grafik Version 1. Research. Ich bin eher ein Fan von 2D. 240.000. Ihr könnt mich doch alle mal. Level Editor. So. Erste Kritiken. Für Turrican. Komm schon. Wir haben extra viel Zeit investiert. Ja. Outstanding. Sehr schön. 7 ist nicht so toll. 7 ist so. Komm schon noch eine 8 oder 9. Na gut. Ich brauche gerade ein bisschen mehr Geld. Aha. Marktforschung zeigt, dass die G64 langsam Marktanteil anempizifikiert. Also es ist doch so wie im richtigen Leben. Das heißt eigentlich, da es ja wohl doch kein Copyright und so weiter gibt. Also normalerweise machen wir ja sehr viel Geld um Copyright. Das heißt, du entwickelst ein Spiel, machst kurzfristig Geld damit und dann machst du langfristig Geld mit dem Copyright. So wie ich das verstanden habe. Das gibt es hier leider nicht. Das heißt, wir hätten eigentlich Spiele entwickeln müssen zu der Konsole, die gerade zu dem Zeitpunkt am aktivsten ist. Aber na gut, man lernt immer was dazu. Äh. So. Äh. Äh. Ja. Also die G64 Leute wollten wohl teurere Konsolen rausbringen. Aber das hat nicht so ganz geklappt. So. Turrican hat Rang 5. Was zur Hölle? Das sollte noch nicht so gut sein. Ähm. Okay. Also die Kritiken haben wohl keine Ahnung. Was ja auch manchmal so in real life ist. Aber okay. Das geht. Wir haben eine Level-Ditor erforscht. Mhm. Und die Maus können wir auch noch, ne? Gab's nicht irgendwo die Maus? Maus. Maus ist toll. Und wir haben wieder richtig gut Kohle. Äh. Turrican ist ein Surprise-Set bei den Spielern. Ähm. Der Entwickler Gerogon.de ist noch immer ziemlich neu in der Spielindustrie. Aber wir können es nicht abwarten zu sehen, was als nächstes entwickeln wird. Okay. Das klingt sehr gut. Maus wurde researched. Wir hätten gerne Research. Open World. Start Research. Turrican verkauft sich immer noch. Aber nicht mehr so gut. Dafür neue Fans. Wir haben schon 1.300. Open World erforscht. Dann machen wir doch jetzt mal eine neue Engine. Und zwar Unreal 2.0 nennen wir sie mal. Die hat auch die Maus dabei. Und Level-Editor. Und Open World. Kostet 210.000. Das ist mir wert. Nein. Der Gamelink. Ja. Also NINVENTO sagt gerade, dass wir neue Konsole rausbringen wollen. Und man kann sogar Multiplayer spielen, wenn man das Kabel hat. Also ja, es hat wesentlich weniger Rechenleistung, aber es wird trotzdem Hit werden. Das wissen wir alle schon. Im nächsten Monat kommt der raus. Das wäre nicht so schön. Aber wenn wir jetzt ein Spiel entwickeln für den PC. Nee. Oh. 50.000 Einheiten verkauft von Turrican. Ein neuer Meilenstein für Gerogan. D. So. Verkauft sich immer noch. Gebt immer noch ein paar Fenster zu. Verballern jede Menge Kohle für die neue Engine. Ja. Aber das passt soweit. Das Spiel ist 382.000 mit Turrican. Das ist doch mal ordentlich. Okay. Tickert. So war alles durch. Geld haben wir noch genug. Und der Gamelink ist da. Jetzt dauert es nur noch ein, zwei Wochen, bis dann die Nachricht kommt, dass der Gamelink der absolute Brüller ist und jeder will ihn haben und überhaupt. Und dann sind sie unsere PC-Spiele für den Arsch. So. Engine ist fertig. Wir hätten gerne ein neues Spiel. Wollen wir jetzt auf den Gamelink gehen? Nö. Ich. Was? Nein. Ich will keine Lizenz. Ach. Man muss eine Lizenz dafür kaufen. Okay. Nö. Ich bleib bei meinem PC. Game Engine. Unreal 2. Topic. Was haben wir denn da noch nicht? Nö. 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 eigentlich auch Strategie aber das passt schon. Auch für ein älteres Zielpublikum. 35.000 das passt. Weiter. 2D Grafik ist okay. So was haben wir da? Wir hätten gerne Mausunterstützung und Joystick, auch wenn es nicht viel Sinn macht. Das ist eine gute Frage eigentlich. Sollen wir das einfach nur dazuklatschen, weil wir es können oder? Ne, Joystick oder Station macht keinen Sinn bei dem Spiel. Story war nicht so wirklich vorhanden. Das kann so bleiben. Oh, das sind jetzt schon mal Zweier-Schritte. Sehr schön. Mit dem wachsenden Interesse an Videospielen gibt es auch eine größere Audience, also eine Zuschauerschaft für Spiele-Magazine. Diese Magazine ermöglichen es den Spieleentwicklern den Markt über ihre kommenden Spiele zu informieren. Also kriegen wir bestimmt demnächst neue Reporter. Und Marketing ist fertig, dass wir researchen könnten. So, wir hätten gerne bessere AI, wir hätten gerne Level-Editor. Und wir hätten gerne... So. Ach, das Geld ist echt so eine Sache. 51.000 nur noch. Hör auf, dich ab dem Kopf zu kratzen. So, wir hätten gerne Open World, auch wenn es das Spiel nicht hatte. Na, ich habe jetzt schon öfter Sachen genommen, die nicht wirklich zum Spiel passen. Du hattest kein Open World. So. Außerdem haben wir eh nicht mehr ganz so viel Geld. Und wir sind jetzt schon über 21. So, Bugs weg. Kannst du jetzt noch steigern? Steiger mal. Hm, okay. Es geht doch nicht so, wie ich dachte. Äh. Sobald du eine Million oder mehr in Cash hast, kannst du zum nächsten Level aufsteigen. Dies mag wie eine Menge klingen, aber keine Sorge. Sobald du einen Super-Hit landest, kriegst du diesen Wert schnell. Ich hab... was? Ich habe gerade einen Bug wieder hinzugefügt. Na, komisch. Neuer Rekord, neuer Rekord. Level up in Story und Quest. Sonst... Nirgends. Sound... Jo, Release Game. Einfache Cut-Scenes. Oh, das ist schick. Und Kritiken. Gib mir was Gutes. Neun, sehr schön. Und, 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 und. Zehn. Truly Great. Ja, das wird eine gute Möglichkeit, wieder Geld reinzubringen. Und nochmal neun. Ja, sehr geil. Ähm, Forschung. Research. Wir hätten gerne... Wir haben kein Geld. Wir müssen erstmal warten, bis die Zahlen reinkommen. Mit über 100.000 Einheiten verkauft. Das ist wie viel Kohle? Wow. Fast eine Million. Okay, Forschung, Forschung, Forschung. Forschung. Wir hätten gerne 2D-Version 3. Kann ich nicht. Und kann ich nicht. Ich will... Das da. Hä? Achso, 80 Research-Punkte. Na gut, dann nehme ich mal die Cut-Scenes. Äh, Wiener. Der Erschaffer von Master 5. Also von der Master 5-Konsole. Hat jetzt auch seine neue Konsole... An... Angepriesen. Die dem Gamelink von Invento Konkurrenz machen soll. Das hört sich echt so an, als wenn die alles kopieren würden. Kommt jetzt gar nicht bekannt vor. Ja genau. Absolut nicht ähnlich mit anderen Gerätschaften auf dem Markt. Die nicht an diese Konsole heranragen können. Hat die Master 5 viel mehr Power und ist überhaupt viel besser. Und Farbe. Ja, mal gucken. In zwei Monaten macht die ihr Debüt. Congratulations. Du hast einen Namen für dich selbst gemacht. Und eine Menge Kapital. Wenn du die Firma weiter wachsen lassen willst, musst du ein neues Office betreten. Ah, zufälligerweise da gleich ein neues Office gefunden. In einem Technologie Park. In einem Technologie Park. Willst du umziehen? 150.000. Ja, klar. Wow. Wow. Okay. Das ist krass. Mars Space Commander. Okay. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt da du ein größeres Büro hast, kannst du auch noch Angestellte einstellen. Du kannst außerdem dich selbst und deine Angestellten trainieren. Versuche das aus, indem du einen Managementkurs betrittst. Okay. Ja, klicke auf deinen Charakter und Trainingsmenü. Also erstmal ist er gerade noch immer forschen. Hast du es ja geil. Da kommt immer was Neues dazu. Also ja, gefällt mir tierisch das Spiel. Das letzte Spiel von Gerogon.de hat sehr positive Reviews bekommen. Informer Gamer hat es eine 10 gegeben. Okay. So, forschen uns gleich durch. Jetzt. Trainieren in Stuff Management. Starten. Kann ich zwischendurch abspeichern? Ja, speichern. Denn wir haben ja schon vier Folgen am Stück abgedreht. Es werden auf jeden Fall noch mehr kommen. Also es ist kein Let's Test mehr, sondern schon wieder Let's Play. Mal gucken, wie ich das zeitlich so reindrücken kann in meine anderen Projekte. Aber es macht einfach nur tierisch Laune und ich hoffe, euch gefällt es auch. Also sehen wir uns gleich wieder.